so hi und hallo mal wieder wie ihr seht öffnen wir heute wieder ein paar sticker booster und zwar von violetta staffel 3 habe ich schon lange nicht mehr gemacht mein sticker album ist auch noch nicht voll deswegen habe ich immer sieben tütchen besorgt und welche sticker motive ich in diese sieben tütchen habe das schauen wir uns natürlich jetzt mal an und ihr solltet mir in die kommentare schreiben ob ihr euer sticker album schon vollständig habt oder haupt ihr jetzt gerade erst angefangen seid ganz egal was ihr könnt ihr mir alles von violetta staffel 3 posten oder kommentieren ganz wie ihr sehen wollt aber das habe ich schon lange nicht mehr gemacht glaube ich staffel 3 sticker geöffnet aber ich will ja mein sticker album so langsam voll kriegen auch wie viele behaupten das ist ein mädchen sticker album mir ist das egal wenn ich ein sticker album habe oder in einem booster mappe dann will ich vollständig kriegen und wer sein sticker album nicht voll hat kann mir ja posten wie viel ihm noch fehlen und wer jetzt erst gerne damit anfangen möchte ich werde immer unter dem video versuchen zu verlinken wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt es sind ja einfach nur größten teil motive aus der serie aber die violette fans wissen schon was das ist ganz schön viel puzzle teile aber mir fehlen ja auch noch einige eine singende violette so das ist es nun jetzt leider das siebte und letzte disney violetta staffel 3 sticker booster aber keine angst ich werde mir noch weitere besorgen weil mein sticker album ist noch nicht vollständig weil mein sticker album ist noch nicht vollständig fängt sofort wieder mit der glitzer karte an ihr postet mir ob ihr eure sticker album schon vollständig habt wenn nicht wie viel euch noch fehlen wer jetzt erst spaß dran gefunden hat ich werde immer unter dem video versuchen zu verlinken wo ihr es sicher und bequem bestellen könnt günstiger teilweise auch müsst ihr immer wieder mal reinschauen so und das waren sie nun meine violetta staffel 3 sticker motive ich hoffe ich konnte euch ein paar vorstellen die ihr vielleicht noch nicht hattet und sage deshalb wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu und dann geht es so gut ich bin ich bin du